ab morgen vom flug der will noch mal hier ausrasten mit seinem t-rex kopf immer den schädler und ich hab schon riesen kopf alter was ist das jetzt wirklich taxis auf jeden fall da leute jetzt geht zum flughafen ab geht die party ist mein feature-gast instagram steht hier ja freut euch auf dem blog mit der fünfergeil ich war sobald er abhängt wie lange war es war bis fünf uhr morgens warum das einfach nur 16 aber ich sag euch vertraut mir leute deutsche kris braun mit kopf abgegeben wie fühlst du dich oder ich hab angst dein erstes mal flugzeug ich werde das gleich film wie du da einsteigst sagt bis mir la vorher konnte dein letztes jetzt geht es im flieger auf oder hörst du diese geräusche so hört sich das auch ungefähr an wenn wir wenn wir stürzen guck mal du hast jetzt auch den perfekten platz direkt am flügel schön regnerisches wetter der halbe blog ist wie ich denn mein flug fertig war ich bin so rot im gesicht der ohne witz ich muss das an den mund dran machen das ist ein flugzeug absturz das ist voll zu kotzen ich sage bescheid nur vorher dann nehme ich das noch Das war's für heute. FBN Beats Das sind unsere Hotelzimmer Alles, alles Badezimmer Hier ist das Wohnzimmer Hier ist auch eine Toilette Das sind die Oldschool Toiletten, zeig mal Wer kennt die? Genau da wo du sitzt, das ist eigentlich die beste Kappposition Die gesündeste auch Ansonsten bekommt man Krebs Man bekommt von allem Krebs Jetzt gehen wir hier erstmal ins Blue Moon Bisschen Shisha rauchen Bisschen chillen Das kommt gar nicht klar Furkan Sert Wer den nicht kennt auf YouTube abchecken Er macht auch viel Musik und so weiter, ist auch am Start So Jetzt setz dich mal auf den Boden Setz dich mal auf den Boden Mach mal deinen Arm, lass mal locker Perde lang runter So Du hältst schon falsch Bruder, guck mal wie du hältst Guck mal wie der starten will Bruder Der ist diese tapfer Asche Wie ist dieses Rocky Ding Deine Finger rein Fangen gerade an 3, 2, 1, go Voller süß Was versucht der da Bruder Oh nein Oh Versucht irgendwas Oh Scheiße Oh Leute Wir essen jetzt auf unserer Dachterrasse Von unserer Villa So So Freunde Der nächste Morgen Geil ne Porno Bruder Oh Bruder Diese Luft ist so anders angenehm Geil oder So Freunde Wir sind jetzt auf dem Weg zum Musikvideodreh Wir haben den zweiten Tag in Istanbul Mit Wetter Sie sitzt auf jeden Fall Sie ist am Start Die Brüder sind am Start Was geht ab, was poppin FBN Beats Yo, what's poppin Leute Ich zeig euch mal jetzt die Umgebung ein bisschen Jetzt fähre ich das mal rein Jetzt werden die Wellen höher Ja Leute, guck mal wie schön diese Wellen aussehen allein Ich schwöre allein darauf komm ich gar nicht klar So Leute Musikvideo drehen Läuft auf jeden Fall, wir haben jetzt die meisten Szenen aufgenommen, ich bin selber echt richtig krank gespannt, wie das Musikvideo wird, das ist ja auch mein erstes, aber es macht auf jeden Fall übertrieben Spaß, vor allem in Istanbul zu sein, sowieso richtig geil, übertrieben, fresh auf jeden Fall, würde mich freuen, wenn ihr das Video abcheckt, falls ihr das noch nicht gesehen habt. So Leute, jetzt geht's hoch in die Berge, jetzt werden wir ganz, ganz oben drehen und da wird man komplett Istanbul sehen und das beim Sonnenuntergang, ich schwöre sexy. So Leute, ich sag jetzt nichts mehr, zieht euch einfach diesen Ausblick rein, Junge, halt dein Maul, Alter. Hör auf Bruder, hör auf. Okay, ich will euch das jetzt kurz weghalten, jetzt zeige ich euch das. Soi, soi... FBN Beats Musik Göster bir barlığı bakayım abi Maşallah İyi tuttun ha Das ist unser Model Oksana Janssen Ja Bei den meisten Leuten Das ist die Geschichte der Janssen Das ist die Geschichte der Janssen Zack Wir sitzen jetzt hier und Geht auf jeden Fall voran Leute Ich hoffe euch gefällt das mit dem Video Wir haben uns den Arsch aufgewiesen Dass wir diesen D&D kriegen Starke Leistung Beste Joker Bruder Jemui diga Dank an den Kameramännern Respekt an euch Starke Leistung Starke Leistung Joker Ey Joker Verdammt Alter Ey bist du das Scheiße Johnny Ich knall dich doch ab an Ich zieh die Knarre man Okay Auf jeden Fall Wie viele Stunden Dreh haben wir jetzt hinter uns Bruder Wir haben 14 Stunden gedreht Leute 14 Stunden Das ist kein Musikvideo mehr Das ist Eiskalt und Kurzfilm Ohne Schneider Wenn ihr dieses Video bzw. das Making of jetzt seht Würde uns das natürlich nochmal unnormal freuen Wenn ihr das ganze Video teilen würdet Wenn ihr eure Story postet Auf jeden Fall danken wir euch für euren Support Für die Unterstützung Und ja wir sind auf jeden Fall am Ende Jetzt geht es nach Hause entspannt Chillen und morgen geht es wieder zurück nach Deutschland Alles für euch Leute merkt euch das In diesem Sinne das war's JamTV Bro, wo gehst du ja? Eigentlich muss ich das anders sagen Wie ist mein Bruder? Wie ist dein 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 Bruder? Warte jetzt, du weg, du weg. Der meint doch zuerst. Könntest du mir erklären, was das war? Können sie mir das erklären? Was wollte das für ein Tier sein? Sag bitte nicht Hund. Der kam rein, weil er sich abgefuckt hat. Wollen wir so laufen? Gute Nacht. Bruder, jetzt erklär mir mal, was das für ein Tier gewesen sein soll. Bitte sag nicht Hund. Bitte sag nicht Hund. Gute Nacht. Was? Was? Bist du mich? Gute Nacht. Gute Nacht. So Leute, es geht wieder zurück nach Germany. Jetzt geht es noch in die City, ein bisschen einkaufen. Ne, Ahmed? Yes, Bruder. Und danach ab wieder nach Deutschland. Leute, dem fahrt ihr nicht zu nahe, Alter. Ihr habt einfach Stacheln an den Felgen. Und danach ab wieder nach Deutschland. Und danach ab wieder nach Deutschland.